Yo, Che, was geht ab? Uff. Hallo. Hallo. Na, wie geht's gut? Sehr gut. Ähm... Franchi ist wieder da, Chet. Heute wird Oxy gegrindet für das Safecracking-Jewel. Das wird Pog. Oh, Chet, ich hab ein echtes Problem. Das Ding ist, äh... Zum Beispiel, ich hab ein Problem mit Herzrasen. Bei Videospielen. Wenn ich zum Beispiel von der Polizei verfolgt werde, dann, ähm... fängt mein Herz komplett an zu rasen und ich dreh komplett durch. Ähm... Und es ist super schwer, mich zu konzentrieren. Ähm... Und das Ding ist auch, als ich zum Beispiel Dark Souls 3 gespielt hab, ich hab, äh... Mir wurde legit ohnmächtig. Ich hab, äh, gegen den, ähm... Wie heißt der? Gegen, äh... Diesen einen Boss, gegen diesen Blitzboss, relativ am Ende gespielt. Wie heißt der? Dieser komische Blitzboss am Ende. Yo! Dancing God! I'm rough! Wer ist der Blitzboss? Der zu, der zu... Nameless King, genau. Schon als ich gegen Nameless King, äh... gespielt hab. Junge! Ich hab so Herzrasen bekommen. Ich weiß nicht warum. Ähm... Insanes Herzrasen. Absurd! Ja, auf jeden Fall. Ähm... Chat, heute... äh... hab ich mir vorgenommen, äh... das Safecracking-Tool zu bekommen, um eine, ähm... um ein Convenience-Store auszurauben, um vielleicht irgendwas Krasses zu kriegen. Ich weiß noch nicht. Äh... Elmo hat mir das ja gesagt, im Knast. Dass er das dadurch bekommen hat. Und, äh... Ja, der Plan ist, heute das zu machen. Und das bedeutet... Absolut... Also, wenn wir das irgendwie so zwei Stunden machen, oder vier Stunden, je nachdem. Junge! Äh... Es ist so nervenaufreibend. Es ist fucking crazy. Elmo wurde gepermat. Wirklich? Ist Elmo tot? Nein! Nein! Nein, Elmo ist nicht tot. Elmo... Ich glaub, Elmo lebt. Ähm... Auf jeden Fall, Chad! Genau, äh... Gestern hatte ich ja meinen Tag frei. Gestern hab ich ein paar lustige Sachen gemacht. Steuer, Pock. Ähm... Ähm... Und... Ich war in einem Café. Und ich hab eine kleine Hummel gesehen. Ähm... Und die kleine Hummel ist, äh... Ist halt so auf der... Auf dem Bürgersteig, äh... So rumgelaufen. Ne? Ne? Ist so, äh... Rumgelaufen. Und... Äh... War irgendwie ein bisschen verwirrt. Und dann hab ich sie halt auf meine Hand genommen. Und hab irgendwie... Äh... Hab halt probiert, okay, vielleicht mag sie... Äh... Ne? Na? Ins Gebüsch. Nein. Sie mochte nicht ins Gebüsch. Ähm... Ich hab sie auf eine Blume gesetzt. Mh... Fand sie doch irgendwie blöd. Ähm... Und ich hab mich halt so ein bisschen um die gekümmert. Und die wusste halt nicht so richtig, wohin mit ihr. Na? Und... Äh... Ich hab dann halt auch den Kaffeebesitzer gefragt, ob wir ein bisschen Wasser vielleicht kriegen für die Hummel. Dann hat er uns halt, äh... So einen Hunden abgegeben mit Wasser. Und dann hab ich so ein bisschen Wasser auf den Boden gemacht. Und sie halt dann irgendwie so davor gesetzt. Aber sie wollte auch kein Wasser. Und, ähm... Ja, im Endeffekt, sie wollte sich eigentlich nur auf einen warmen Stein setzen und ihre Flügel trocknen, weil sie gerade erst, äh, geschlüpft ist. Oder irgendwie sowas. Und, äh... Dann hab ich irgendwo, äh, in einem Gebüsch einen schönen Stein gefunden, wo sie sich, ähm... Draufsetzen kann. Und dann hab ich sie da drauf gesetzt. Und dann war sie ganz still. Und, äh... Ja, ist nicht mehr rumgekrabbelt. Es war echt süß. Dieses Hummel war so süß. War so lieb. Ganz, ganz, ganz niedlich. Ähm... Ja. Und ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe, sie hat jetzt irgendwie eine schöne Blume gefunden oder so, worauf sie sich setzen kann. Ähm... Genau. Ähm... Ja, und heute regnet es den ganzen Tag. Holy shit. Heute ist absolut Regen-City. Crazy. Mhm. Ach, und, ähm... Meine Mutter liebt Elstern. Meine Mutter liebt... Ist absolut verliebt in Elstern. Und, äh... Wir hatten, wir haben jetzt seit irgendwie Jahren, haben wir bei uns im Garten, ähm... Haben wir, äh, Elstern. Und meine Mutter kümmert sich halt immer um die, dass sie halt genug zu essen haben. Dass halt die Raben nicht kommen und die irgendwie verjagen. Und, ähm... Jetzt sitzt praktisch so eine alte Elster bei uns im Garten. Und die kann nicht mehr fliegen. Die ist schon sehr alt. Die ist irgendwie vier, fünf Jahre alt, ne? Ähm... Und... Ja, genießt so halt so ihre letzten Tage. Ne? Sagen wir mal so. Und, äh... Ist total süß. Meine Mutter hat mir heute eine... Foto geschickt. Von der Elster. Wie sie auf einer Milchkanne sitzt. Hier. Da sitzt die Elster auf einer Milchkanne. Seht ihr das? Da sitzt sie auf einer Milchkanne und, äh... Duscht sich im Regen. Und wir haben halt jetzt überlegt, vielleicht, äh, können wir irgendwie so ein Vogel... Weil sie kann nicht mehr fliegen. Vielleicht können wir irgendwie so ein Vogelhaus, äh, irgendwo hinstellen, wo sie dann, äh, rein kann. Wo sie dann irgendwie chillen kann. Ähm... Na? Und halt nicht gestört wird von anderen Vögeln. Und ja, mal gucken. Wir haben noch so ein Eichhörnchen, äh... Haus. Was irgendwie bei uns rumsteht. Und, ähm... Das können wir da in irgendeine schöne Ecke machen, dass die Elster sich da... Dass die Elster da chillen kann, keine Katzen kommen. Genau. Ist echt süß. Das ist echt süß. Äh, ich hab auch schon überlegt, ob ich, äh... Ob ich vielleicht mal irgendwie, ne, die Tür öffne und dann die Elster so vielleicht reinlocke oder irgendwie sowas. Weil wenn's halt grad regnet, ne, ob die dann, äh, vielleicht zu uns rein will, dass ich sie halt irgendwie, keine Ahnung, auf ne Heizung setze oder so. Aber, äh, ja, man sollte einfach, ne, vielleicht kriegt sie ja Angst. Keine Ahnung, ne. Man sollte einfach die Elster nicht stören. Die, die chillt da. Die weiß ja schon, was sie macht. Die kommt mit der ersten Impfung. Park! Meine Mutter hat gestern ihre zweite Impfung bekommen. Sie ist jetzt, sie ist jetzt, äh... Sie ist jetzt komplett durchgeimpft. Finally. Ähm... Ja. Und... Ich hecke meine zweite Impfung, äh... Nächsten Monat irgendwann. Ende nächsten Monat. Ähm... Und dann bin ich auch komplett durch. Da freue ich mich drauf. Dann habe ich den ganzen Scheiß hinter mir. Ähm... Ja. Genau. Yo, Marshmallow! Danke, brav! Danke für die 30 Monate! Danke, Homie. Mit was? Pfizer, Baby. Danke, Homie. Danke für den Big Sub. Ähm... Genau. Jet, das ist das, äh... Was mir passiert ist. Gestern Hummel, Elster... Äh... Kaffee trinken. Ja. Das war's. Ich glaube, ich 10 geht. True. Ähm... Ja. Mehr gibt es doch eigentlich nicht zu sagen, Jet. Äh... Wir gehen rein. Ähm... Ja. Genau, heute ist großer Occy-Tag. Äh... Tehlelehlelelele. Frenchi ist, äh... Endlich wieder da. Pog. Yo, Patrick! Danke, brav! Für die 12 Monate! PogChamp! Danke, Homie! Big Kiss! Wبي. Public-Server jetzt. Es gibt Purple und Orange. Wow. Danke. Und, Chef, was gibt's bei euch? Irgendwas Feines? Irgendwas Neues? Irgendwas Schönes? Nein. Sommerferien. Uh. Oh, sind jetzt schon Sommerferien? Jo, lief's geil, danke, brav. Hab von Tarix geträumt, wer nicht. Oh, ich hab auch von irgendwas geträumt. Ich glaub vom, äh, von Roleplay. Sechs Wochen lang nur zocken und nichts tun? Ja. Das ist so geil, Chad. Oh, das ist so geil. Früher, ne, wenn wir dann irgendwie die Ferien anfangen, und man hat irgendein, man hat ein Game, was man richtig gerne zockt und man spielt aber die ganzen Tags so chillig. Macht so viel Spaß. Beträumt, dass Tarix durch mein Spotify mein Handy abhört und mein Bankkonto hackt? Ja, fühl ich, fühl ich. Halt no joke. Ich mein, er hat auch Zugriff zu meinem Spotify. Ich weiß nicht, was er da macht. Glaubst du, ich könnte hier ein Laptop-Hack schaffen? Mein Charakter hat keine Ahnung, was es ist, aber safe call, nein. Halt no joke, nein. Chad, ich weiß ja, was, ähm, ähm, ich weiß ja durch andere Streams und so, was mich erwartet, aber mein Charakter weiß es nicht. Ähm, diese, äh, den Hack, da bleib ich ganz weit weg von. Das ist absolut, absolut creepy. Das ist total creepy. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das soll Frenchie machen. Ich mach das nicht. Wenn schon bin ich Getaway-Driver. Naja, obwohl, ich glaub, das will auch Frenchie machen. Wir müssen uns irgendjemanden, äh, holen mit so einem richtig hohen IQ, der das, äh, der das kann. Nacer Hoodie, danke. Der ist neu. All right, Chad, wir sind drin. Lili, li, 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 li. Aber ich hab neue Musik hinzugefügt zu der Konrad-Playlist, by the way. Oh, und ich hab gestern, äh, meine Pillen vergessen zu nehmen, deswegen hab ich Ohnmachtsanfälle jetzt so ein bisschen, aber ich hab heute meine Pillen genommen. Und mir sollte es bald gut gehen, hoffentlich. Hoffentlich. Yo, Banane! Danke für die zwölf Monate. Danke, brav! Danke, Mommy. Komm ich in ein Auto, wenn ich genug Geld hab? Wie viel Geld hab ich? 30.000. Trash. All right. All right, Chad. Ja, Genie, wir haben big Genie. Joe. Verb sending her Geld INT ter. 並非 zu? Ja, das war die Straße. respond zuen. Bis zum, da. Ich bin produkt conflation geht.